Der Balger Handsticker, der Ernst Schnuersch hier links, unterwegs mit seinem Lehrling, dem René Tanner, zum Handsticklokal. In Balgach gibt es noch ein Sticklokal. Die Handstickerei, in Balgach und überhaupt im Rindel einen wichtigen Erwerbszweig. Vor 150 Jahren hat es angefangen, bis lang, lang in das letzte Jahrhundert ein. Und das ist die Maschine eine interessante Sache, einen Weg. In Balgach ist diese Maschine eben noch bedient. Ja, und dann hat der Ernst Schnuersch eine Nädte gemacht und hier eben die Nädte in diese Klüppchen reintun. Das ist gar nicht so einfach. Die Handgriffe müssen gelernt sein. Das ist das Musterbrett. Hier fährt man eben mit dem Pantografen an und bewegt eben das Tuch. Der Wagen und die Nädte hier hin und her gehen, der bleibt ja gleich, aber das Tuch wird bewegt. Das ist eine Nädte. Der Ernst Schnuersch hat sie jetzt erst einmal angestochen, geschaut, ob es stimmt, dass das auch ein richtiger Ort herkommt, in dem Tuch rein. Die Wege richtig bewegen, sanft einstechen, das wieder wegzüge, ist gar nicht so einfach. Der Wagen hin und weg, vorne wieder her, auf das kommen wir noch. Der Ernst Schnuersch hat geschaut, dass alles klappt, bis er eben dem René Tanner, seinem Lehrling, eben das übergeben hat. Und dann ist der eine am René Tanner gewesen. Der Nettling war gestrickt, die Fadenspannung eingerichtet und dann hat der René losgelassen. Genau, und jetzt seht ihr, er macht jetzt den nächsten Stich, fährt mit dem Pantografen runter, fährt mit dem Wagen jetzt genau her und tretet jetzt ab. Das sehen wir dann nachher noch. In dem Moment, wo er abtretet, übergibt die einen den Klüppel vom Wagen den Klüppel vom anderen Nodeln und nachher geht es wieder retour. Jetzt müssen wir genau schauen, er hat jetzt den nächsten Stich gewählt. Und jetzt fährt er retour, fährt mit dem Wagen her, tretet jetzt ab. Gemerkt, ihr habt die Bewegung gesehen, dass der Wagen weggeht und somit haben die Klüppel die Nadel übergeben. Und er fährt weg und jetzt darf man den Nettling ja nicht überstricken, sonst rupft man ihn eben zum Tuch aus. Und dann wird der Nettling natürlich ein längerer, kürzerer und dann ist der Arbeitsvorgang abgeschlossen und dann muss man eine neue Nettling machen. Nadel putzen, dann schön püscheln, dann hier einfügen, in das Schiff, ob man das beschweren, damit die Nettlinge nicht raus spicken und dann kommt der Schuh und tut eine Nettlinge nach der anderen hinein, der Ernst Nüsch. Jetzt kommt der Schuh führer und ein Fadenhäckli holt jetzt da das Garn und rauf und zieht es das Öhr durch. Jetzt, zieht es das Öhr. Und jetzt kommt da eine Zängli, eine Zängli, es packt, das Zängli packt das Nöderli, jetzt. Und dann hat es nachher, hat es da so einen krummen Finger, da und der schiebt jetzt die Schlaufe vom Öhr weg. Da ist das Öhr und da die Schlaufe, nicht weil das Öhr schon verdickt ist, wie so mit dem Schlaufen abdicken. Die hat er eingestellt auf die Länge, die es braucht, er züchte abwärts, abwärts, züchte es gerne in die Schäle, das Schäle schaut gegen das Fenster, das Schäle und dann schneidet er es ab. Aber zwischendrin kommt jetzt schon wieder die nächste Nadel. Faszinierend, die fette Maschine. Und so fühlt sich das Nadelküssi dann Nadel für Nadel. Man zählt dann natürlich, wie viele Nadeller sind und jedes Mal für jedes Musterli und für jeden Arbeitsgang braucht es wieder einen anderen Faden. Und dann geht es wieder von vorne los und dann gibt es die schönen Motive, wie der Ernst Nüsch erklärt. Wenn wir schon Balgen hier stecken, dann machen wir auch Balgen Motive, wie zum Beispiel Weindorf Balgach oder hier ein Rebenspieg. Und die ganze grosse Freude habe ich, dass ich dort den Entwurf selber gemacht habe. Und dann sieht der Halbsticker Karl Balgach, das ist eine Karte, wo es eine jene gibt, die machen wir. Da habe ich gelernt, zu zeichnen. Ja, drin habe ich****, sinnvoller Steff. Vielen Dank.